Musik Wir haben uns für euch auf die Anhöhen des Highbacks begeben, um euch einen explosiven Einblick hinter die Kulissen des SR, also der Hörfunk- und Fernsehanstalt zu geben. Film ab! Und Action! OrgaTV durfte beim SR einmal hinter die Kulissen schauen. Radiomoderator Erik Dessloch führte uns durch Rundfunk und Fernsehen und zeigte uns, wie das, was wir bei OrgaTV machen, in groß aussieht. Sau, oder was? Dichterdschungel! Nein, wir sind nicht in die Truppen gereist, dafür aber in ein Worturwald von jungen Textern, die am 11.05. im U20-Slam gegeneinander antragen. Aber was ist überhaupt ein solcher Poetry-Slam? Organisator Christoph Endres wird am Mittwoch bei uns sein und euch einführen in die hohe Kunst der Neuzeitdichtung. Na, habt ihr Blut geleckt? Dann schaltet am Mittwoch um 18.18 Uhr zur gewohnten Zeit auf orga.tv ein. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020